Kommunale Wärmeplanung wird so als Schlüsselelement gesehen, um in den Kommunen weiter voranzukommen. Und dazu gibt es speziell, damit man den Kommunen, ich glaube, das ist auch eine der Hauptaufgaben, was an die Hand geben kann, wie man sowas tun kann, ein Kompetenzzentrum der kommunalen Wärmewende in Halle an der Saale. Und ja, unser nächster Referent arbeitet dort im Team des Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende und ist Projektmanager im Bereich Erneuerbare Energien dort. Und genau, ich begrüße Dr. Ronny Bischoff hier auf der Bühne, der uns das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende in Halle an der Saale ein wenig näher bringen wird. Herzlich willkommen. Ja, Herr Dr. Kleene, danke an der Stelle auch nochmal für die begrüßenden Worte. Ich freue mich hier mal, die nächsten Minuten verwenden zu können, um Ihnen mal einen kleinen Einblick zu geben in das Kompetenzzentrum für kommunale Wärmewende. Ich hoffe, Sie haben sich jetzt alle soweit gestärkt. Und das ist auch schon das Schlagwort. Denn es geht bei uns um die Stärkung der Kommunen in Deutschland. Das ist unser Auftrag, unser Regierungsauftrag vom Bundeswirtschaftsministerium. Und es soll im Vortrag mal um drei Punkte gehen oder um drei Themen gehen. Zum einen natürlich, warum gibt es uns? Was ist die Notwendigkeit? Was sind die Herausforderungen, die gerade bestehen im Wärmesektor? Im zweiten Teil möchte ich Ihnen mal kurz vorstellen, worum es geht. Nämlich um dieses Instrument, was gerade schon angesprochen wurde, der kommunalen Wärmeplanung. Und im dritten Teil natürlich, wer wir sind. Was dann letztendlich unsere Aufgaben sind. Was unsere Rolle des Kompetenzzentrums in diesem Kontext ist. Wir haben letztendlich alle die gleiche Herausforderung. Nämlich die Herausforderung bis 2045, die Energieversorgung in Deutschland und natürlich explizit auch die Wärmeversorgung CO2-neutral zu gestalten und umzusetzen vor allen Dingen auch. Und vor dieser Herausforderung stehen natürlich eine ganze Reihe, eine große Anzahl an Kommunen, die mit diesem Ziel eine wirkliche Marmutaufgabe vor sich haben. Und man auch nachvollziehen kann, dass diese Kommunen natürlich ein Stück weit auch in einer gewissen Überforderungssituation stehen. Und für mich persönlich ist, ich sehe diesen Pfad, diesen Weg zu dieser Zielerreichung fast wie eine Art Bobfahrt, wie eine Bobbahn. Und es ist ganz eminent wichtig, dass am Anfang alle beteiligten Akteure und alle natürlich auch Insassen in einem höchsten Maße zusammenarbeiten, damit man auf diesem Glatteis überhaupt erstmal Fahrt aufnehmen kann. Und wir reden hier noch nicht davon, was die Herausforderungen in der Bobbahn sind. Und wir reden auch noch nicht davon, von der Geschwindigkeit, die dabei aufgenommen werden muss. Letztendlich, um mal wieder zurück auf die Fakten zu kommen, wir haben oder die Kommunen haben 19 Millionen Wohngebäude. Davon sind ungefähr drei Viertel vor dem Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung gebaut worden. Das heißt, wir haben hier also ein energetisches Niveau, ein Gebäudeniveau, was die Energieverbräuche anbelangt. Erstmal als Status Quo, das ist eine große Herausforderung. Dazu kommen dann natürlich noch ungefähr zwei Millionen Nichtwohngebäude, die mit Wärme und oder Kälte versorgt werden. Auch die müssen irgendwie gehandelt werden. Das geht also hier um das Thema Energieeffizienz, um Einsparung. Auf der anderen Seite, das wissen wir alle, da brauche ich gar nicht heute groß weiter darauf einzugehen, haben wir die Energiepreisentwicklung. Natürlich, die fossilen Energieträger und ihre Preisentwicklung sind eine der großen Herausforderungen gerade. Aber wir und ich sehen diese Energiepreise gerade für uns als Experten, natürlich auch als Ansporn. Als Ansporn, eben gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten und voranzukommen. Und aus diesem Grund sind wir ja heute auch hier zu der Tagung. Des Weiteren haben wir natürlich die Herausforderung, dass zum Stand letzten Jahres etwa nur 16,5 Prozent in der Wärmeerzeugung durch erneuerbare Energien abgedeckt sind. Das heißt, hier ist eine Riesenaufgabe für uns, für die Erzeuger, natürlich auch für die Umsetzer der Wärmewende in Deutschland, da natürlich mit großen Schritten voranzugehen. Dazu kommt aber noch der Wärmesektor per se. Für uns ist in der Wahrnehmung, dass wir natürlich eine extrem hohe Kleinteiligkeit im Wärmesektor haben. Wir haben Beispiele bei uns auch in den Beratungsanfragen, wo sich diese Kleinteiligkeit bis auf die Gebäudeebene hineinzieht. Wir haben also Beispiele, wo wir noch eine Ölversorgung haben, also eine Ölheizung und im gleichen Gebäude eine Gasetagenheizung. Das heißt, alleine innerhalb eines Gebäudes schon unterschiedliche Energieträger genutzt werden. Auf der anderen Seite haben wir eben diese Fahrtabhängigkeiten. Das soll also heißen, wir haben Regularien, regulatorische Gegebenheiten, die es uns natürlich erschweren oder den Kommunen vor allen Dingen natürlich erschweren, eben diesen Weg der kommunalen Wärmewende zu gehen. Das heißt, wir haben Konzessionsverträge, wir haben langfristige Lieferverträge für die Energiebereitstellung. Wir haben natürlich auch die Herausforderung, dass es Gasnetzausbau-Szenarien gibt und Ziele gibt. Das sind also alles Punkte, die hier eben mit hineinspielen. Dann haben wir die Herausforderung, dass es im Stromsektor eine zentrale Koordinierung gibt. Hier gibt es also ein EEG, hier gibt es Ausbauszenarien, Ausbauziele, um das zentral auch für Deutschland zu steuern. Für den Wärmesektor hatten wir das bisher nicht. Jetzt haben wir gegebenenfalls die Möglichkeit, mit dieser kommunalen Wärmeplanung eben daran auch zu arbeiten und diesen Zustand zu ändern. Da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Natürlich haben die Kommunen auch administrative Barrieren. Da komme ich dann auch gleich nochmal im Einzelnen drauf zu sprechen. Aber wir haben natürlich Raumordnungspläne. Wir haben Flächennutzungspläne, mit denen die Kommunen umgehen müssen. Und eine ganze Reihe mehr an eben auch Kommunengrenzen, wie wir es hier stehen haben, die die Kommunen irgendwie händeln müssen. Und vom Fachkräftemangel in der Wirtschaft brauchen wir nicht zu reden. Das betrifft die Kommunen natürlich in gleichem Maße. Jetzt ist die Frage, gibt es denn Lösungsansätze? Und natürlich gibt es einen großen Lösungsansatz. Das ist auch unser Auftrag, den eben weiter in Deutschland zu verbreiten und den Kommunen in diesem Kontext zur Verfügung zu stehen. Nämlich die kommunale Wärmeplanung. Und wir sind damit auch nicht allein, weil, so wie wir es hier auf der Karte sehen, eben eine ganze Reihe von Bundesländern unabhängig davon dieses Schlüsselinstrument der kommunalen Wärmeplanung schon als wichtigen Baustein oder als wichtiges Werkzeug erkannt haben. Und so haben eben Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, aber auch Berlin und Hamburg eben diese kommunale Wärmeplanung gesetzlich verankert und deren Durchführung. Und eine ganze Reihe von Bundesländern haben sich unabhängig davon auf den Weg gemacht, wie zum Beispiel Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, eben das Gleiche zu tun. Und damit eine langfristige Planungsgrundlage eben für die Kommunen oder eine Unterstützung für die Kommunen aufzubauen, damit diese Ziele für 2045 auch umgesetzt werden können. Auf die einzelnen Hauptphasen, so wie wir sie letztendlich kommunizieren, dieser kommunalen Wärmeplanung, möchte ich gar nicht so sehr im Detail eingehen. Da kann man dann sich im Nachgang auch über unsere Homepage oder natürlich auch insgesamt im Detail, in die Tiefe damit beschäftigen. Wichtig ist aber, dass wir vier Hauptphasen unterscheiden. Davon natürlich ganz klassisch die Bestandsanalyse und die Potenzialanalyse. Das heißt, auf der einen Seite müssen die Kommunen alle Bedarfe, die Infrastrukturen und die entsprechenden Daten natürlich erheben und erfassen und auch auswerten. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, dass Effizienzpotenziale gehoben werden müssen, dass die erneuerbaren Wärmequellen eingebunden und auch vor allen Dingen identifiziert werden müssen. Es geht aber natürlich auch darum, Abwärme zu nutzen. Letztendlich, so wie wir es auch vor uns im Beispiel der Energiewerker für Hamburg gesehen haben, diesen ganzen Blumenstrauß, dieses Portfolio an Möglichkeiten erst mal sichtbar zu machen und dann letztendlich alle Akteure zusammenzubringen an einen Tisch und dann für die nächsten Jahrzehnte gegebenenfalls auch in eine gemeinsame Zusammenarbeit zu gehen und anzufangen. Das Ganze wird dann fortgeführt in einer Szenarienentwicklung, denn Teil der kommunalen Wärmeplanung ist es nicht, ein Ziel und ein Weg zu bestreiten, sondern sich darüber Gedanken zu machen, welche verschiedenen Möglichkeiten zur Zielerreichung haben wir denn. Denn wir reden, das wissen wir alle hier über sehr, sehr lange Zeiträume, auch sehr lange Planungszeiträume und es ist durchaus auch nachvollziehbar, dass sich mal einzelne Wege irgendwo abzweigen, dass man merkt in der Umsetzung, man muss doch einen anderen Weg gehen. Und genau solche Szenarien zu durchdenken und mal anzudenken, ist auch Bestandteil der kommunalen Wärmeplanung. Meilensteine zu setzen und vor allen Dingen auch ganz wichtig, eben bestehende Pläne zu integrieren. Das heißt, es darf nicht sein oder nicht, Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es explizit nicht, vorhandene Quartierskonzepte in der Schublade verschwinden zu lassen oder vorhandene Netzausbau, also Wärmeausbauszenarien oder Pläne sozusagen ad acta zu legen, sondern die Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung ist es, all das zu integrieren und damit sozusagen im Ganzen einen Schritt weiter zu kommen. Am Ende mündet das Ganze in den Maßnahmenplan, natürlich auch die Prüfung auf Fördermittel, auf Unterstützung von extern natürlich für die Kommunen und dann geht es in die Umsetzung. Und mit dieser riesengroßen Aufgabe, die die Kommunen dann haben an dieser Stelle, haben wir natürlich Herausforderungen, aber zu jeder Herausforderung generieren sich natürlich auch Chancen. Ich hatte es im Einzelnen schon mal angesprochen, also die Raumordnung, die Bauleitplanung sind da Herausforderungen für die Kommunen. Natürlich die Datenbeschaffung, gar keine Frage, dafür braucht es auch für die Kommunen eine Festlegung, um eben agieren zu können, um Daten erfassen zu können und auch einfordern zu können in ihrem kommunalen Hoheitsgebiet. Und eine ganze Reihe weiterer Herausforderungen, auf die ich jetzt aber hier an der Stelle gar nicht eingehen möchte. Dann haben wir die Chancen und die Chancen sind natürlich für die Kommune da, aber auch für alle Akteure. So wie wir auch hier alle sitzen heute, wird jeder an der einen oder anderen Stelle eine Chance erkennen. Die Herausforderung oder die Kunst ist es letztendlich dann, diese Chancen auch zu ergreifen und für die Zukunft dann halt auch wirtschaftliche Perspektiven zu generieren. Lokale Wertschöpfungsketten komplett neu aufzusetzen, neu zu generieren, das sind natürlich große Chancen. Und wir haben eine große Chance oder eine große Unterstützung, die wir hier mit dieser kommunalen Wärmeplanung haben. Wir haben hier Planungssicherheit. Denn das, was per Gesetz gefordert wird und was die Kommunen dann umzusetzen haben, dieser Plan hat Bestand. So und das ist halt natürlich eine große Möglichkeit, eben auch um Investitionen zu rechtfertigen und natürlich auch zu generieren. Dann haben wir über die Chancen und die Herausforderungen gesprochen und stellt sich die Frage, was macht denn das Kompetenzzentrum? Also was machen wir in Halle als Ableger der DENA, als Außenstandort denn in diesem Kontext? Und bevor ich dann auf die einzelnen Aufgaben eingehe, hier vielleicht nochmal eine Historie zu unserer Rechtfertigung und unserer Existenz. Das erste Mal wurde im Struktur-Stärkungsgesetz für die Kohleregion schriftlich festgehalten, es soll ein Kompetenzzentrum für Wärmewende etabliert werden. Das war 2020. 2021 gab es einen Koalitionsvertrag, da stand dann schon das erste Mal drin, dass es eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung in Deutschland geben soll. Im Ergebnis des Koalitionsausschusses ging es dann schon darum, dass diese kommunale Wärmeplanung in Deutschland gesetzlich verankert werden soll. Das heißt, Sie sehen schon den Bedeutungsgewinn auch auf der politischen Ebene, was dieses Thema anbelangt. Und zurzeit oder beziehungsweise in den letzten Wochen und Monaten ist das BMW Kader dran, mit dem Diskussionspapier, was ja veröffentlicht wurde, eben von Stakeholdern, von Fachakteuren Stellungnahmen einzuholen, um daraus ein Konzept zu entwickeln, wie eben genau diese gesetzliche Verankerung der flächendeckenden kommunalen Wärmeplanung dann auch umgesetzt wird in die Praxis, soll also heißen, auf Bundesebene gesetzlich verankert wird. Das Kompetenzzentrum selber, also wir in Halle mit dem Team aus zurzeit 13 Mitarbeitenden und einer Reihe von Studenten, die uns unterstützen und Studierenden, hat im April, am 7. April offiziell die Arbeit aufgenommen. Wir haben eine Reihe von unterschiedlichen Aufgaben. Zum einen den Wissenstransfer, die Wissensbasis zu generieren. Das heißt, wir sammeln extrem viel an Fachinformationen, an technischen Daten, an Erfahrungen ein, bereiten das auf und als Plattform, als deutschlandweite Plattform, um das Ganze dann auch wieder strukturiert nach außen gehen zu können. Unsere Kernaufgabe, das ist unser Auftrag vom Bundeswirtschaftsministerium, ist, dass wir die Kommunen beraten sollen. Beraten, was die Strukturen, was die Inhalte, was die Themen rund um die kommunale Wärmeplanung anbelangt. Auf der anderen Seite auch Informationskanäle zu eröffnen, Kommunikationskanäle zu eröffnen, Netzwerke zu etablieren, um auch für die Zukunft gewährleisten zu können, dass es einen Erfahrungsaustausch zum Beispiel zwischen den Kommunen geben kann, was eben gute Praxisbeispiele sind, um sich gegenseitig halt eben auch zu motivieren und voranbringen zu können. Auf der anderen Seite auch auf politischer Ebene zum Beispiel Netzwerke mit den Landesenergieagenturen aufzubauen und zu etablieren und da im kontinuierlichen Austausch zu stehen. Und eine ganze Reihe weiterer Beispiele auch mit Fachakteuren. Und letztendlich geht es darum, zur Verfügung zu stehen für die, die Rat suchen, die Beratung brauchen, die Informationen benötigen. Und hier mal ein kurzer Abriss der verschiedenen Themen, der Beratungsthemen, die bei uns seit dem April, also bis jetzt Stand September, schon aufgelaufen sind. Wir haben so etwa schon 700 Akteure, die sich bei uns gemeldet haben, die Interesse haben, die in bestimmten Zusammenhängen mit uns auch zusammenarbeiten wollen. Wir haben etwa 150 konkrete Beratungsanfragen auch schon, die bearbeitet werden. Und was die Themen dieser Beratungen sind, sehen Sie hier. Natürlich geht es vorrangig um die kommunale Wärmeplanung per se und deren Inhalte. Aber es geht auch um Fördermöglichkeiten. Es geht auch um die Akteursvernetzung, also die Verknüpfung oder das Herstellen von Verbindungen zu den lokalen Akteuren. Auch das ist eine große Aufgabe, die oft von den Kommunen auch nachgefragt wird, aber auch von anderen Akteuren. Und eine ganze Reihe weiterer Themen, für die wir zur Verfügung stehen und wo wir versuchen natürlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Als deutschlandweite Austauschplattform, als Kommunikationsplattform haben wir natürlich eine eigene Webseite geschaltet, die auch schon eine ganze Reihe an Informationen bereitgestellt oder wo Sie eine ganze Reihe an Informationen finden. Die natürlich für die Zukunft deutlich noch ausgebaut wird. Und was für Sie vielleicht aber auch an der Stelle interessant ist, wir haben dort eine ganze Reihe an Kontakt-E-Mail-Adressen schon geschaltet, die auch thematisch strukturiert sind. Das heißt, wenn man als Energieerzeuger, als Stadtwerke Fragen hat oder wenn man als Kommune oder als Berater für die Kommunen Fragen hat, kann man sich zielgerichtet da auch schon sozusagen melden und bekommt dann entsprechend auch einen Berater zur Seite gestellt und bekommt Informationen. Ganz neu hier der KWW Newsletter, der jetzt in den nächsten Wochen das erste Mal an den Start geht. Wir haben, wie gesagt, auch schon über 700 Interessenten, die sich für diesen KWW Newsletter angemeldet haben. Steht Ihnen natürlich auch frei. Wir würden uns natürlich freuen, weil Sie über diesen Kanal natürlich kontinuierlich auch die neuesten Informationen bekommen. Auch mal gute Best-Practice-Beispiele deutschlandweit, wo es eben mit dieser kommunalen Wärmeplanung gut vorangeht. Jetzt hatte ich Ihnen eine ganze Reihe an Aufgaben, die wir als Kompetenzzentrum für kommunale Wärmewende letztendlich umzusetzen haben oder umsetzen, aufgezeigt. Mir geht es aber auch darum, dass Sie gerade als Energieerzeuger, als Stadtwerke, als Berater letztendlich auch, auch im Kontext der Kommunen, auch wissen, was wir nicht sind. Das Kompetenzzentrum für kommunale Wärmewende ist kein Planungsberuch. Das heißt, wir informieren über die Inhalte der kommunalen Wärmeplanung, also über die Themen, über technische Aspekte, über Prozesse, Abläufe etc. Wir selbst führen aber keine kommunale Wärmeplanung durch. Das machen die Akteure, die Berater in Deutschland. Wir verweisen gern auch natürlich auf entsprechende regionale Akteure, wo sich die Kommunen dann hinwenden können. Wir tauschen uns natürlich als deutschlandweit agierendes Kompetenzzentrum in Deutschland aus, aber wir versuchen natürlich, Beispiel Dänemark, auch entsprechend im internationalen Austausch zu stehen und dort die Erfahrungen aufzugreifen und zu schauen, wie können wir das in die Tätigkeiten und die Wärmewende in Deutschland quasi integrieren. Auch das ist also in dem Fall mal eine Aufgabe am Rande. Was wir auch nicht machen, wir sind keine Förderinstitution. Das heißt, bei uns kann man keine Förderanträge stellen für die kommunale Wärmeplanung, aber wir beraten natürlich darüber, wo es Fördermöglichkeiten gibt. Und im Zweifelsfall auch stellen wir die Kontakte dahin her, wo man entsprechende Fachinformationen auch bekommen kann. Und was uns natürlich wichtig ist, dass Sie als Teilnehmer oder als Mitglieder auch des BKWK natürlich eine wichtige Rolle darstellen für die Kommunen, so wie wir es heute ja auch schon in den Vorträgen gehört haben, dass es darum geht, Sie sind ein wichtiger Bestandteil und ein großer Baustein für die Kommunen auf dem Weg hin zur CO2-neutralen Wärmeversorgung. Und aus diesem Grund lade ich Sie natürlich gerne zur Zusammenarbeit ein, melden Sie sich bei uns, setzen Sie sich mit uns in Verbindung, gehen Sie in den Fachaustausch und tauschen Sie sich auch mit uns über gute Beispiele aus, so wie wir es heute schon gehört haben und hoffentlich in zahlreicher Formen auch in Zukunft noch hören werden. Ja, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ein spannendes, eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Ich würde auch hier tatsächlich noch eine Frage oder auch Hinweise für Herrn Bischof zulassen, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, um wirklich dann auch in den Kommunen perspektivisch voranzukommen. Die Frage, Herr Bischof, wann wird es denn verbindlich? Also wir sind ja jetzt, sage ich mal, so in so einem Anhörungsprozess und wir müssen ja eigentlich die PS auf die Straße bekommen und gerade für die Akteure ist es ja wichtig, dort auch Planungssicherheit zu bekommen. Es ist ja ein mächtiges Instrument, wenn wir das wirklich spielen und umso wichtiger finde ich es, dass wir dann auch zügig, sage ich mal, voranschreiten können. Das ist natürlich eine gute Frage und das ist eine Frage, die uns auch umtreibt, weil wir natürlich letztendlich vom BMWK natürlich beauftragt sind, dieses Kompetenzzentrum zu führen und die Geschicke natürlich auch in Deutschland ein Stück weit mit zu lenken und natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber wir sind natürlich kein politischer Akteur. Das heißt, wir sind natürlich, wir sind die Umsetzer dessen, was auf politischer Ebene letztendlich verankert wird. Und das heißt, gutes Beispiel jetzt zu dem Diskussionspapier, wir sind auch nur einer derjenigen, die sozusagen Informationen oder eine Stellungnahme zu diesem Diskussionspapier gegeben haben. Und wir sind natürlich dann aber im Umkehrschluss diejenigen, die das dann aufgreifen mit dem entsprechenden Auftrag aus der politischen Ebene. Glauben Sie, dass wir in den Kommunen genug Kompetenzen haben oder dass mit Ihrer Hilfe dort, die vorhanden sind, auch ausreichend dann geschult sind, gebrieft sind, um solche Wärmepläne auf den Weg zu bringen? Oder muss da auch noch was getan werden? Also ich hatte es ja vorhin schon bei den Herausforderungen angebracht. Der Personalmangel ist natürlich allgegenwärtig in Deutschland und betrifft die Kommunen natürlich genauso. Und wir wissen, dass zum Status quo jetzt natürlich sowohl in der Fachpraxis, in der Fachlandschaft als auch natürlich auf kommunaler Ebene, da die Leute fehlen, die die entsprechende Erfahrung mitbringen. Woher soll die auch kommen? Das heißt, das ist halt eben ein Baustein, wofür wir eben auch da sind, dass wir versuchen, daran zu arbeiten, dass eben Beratung stattfinden kann, dass man Hilfestellung geben kann. Und sich natürlich in den Kommunen dann auch in Zukunft die Mitarbeiter, die vielleicht dafür dann eben auserwählt sind, sich dann dieses große Thema, diese Mammutaufgabe zu machen, eben dann auch einfinden können, einarbeiten können, sich über Erfahrungen austauschen können. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, aber auch eine spannende Herausforderung für die Zukunft, für die Kommunen allemal. Herzlichen Dank. Wir drücken die Daumen, dass das gelingt und dass Sie ganz, ganz viel, sage ich mal, von Ihrem Wissen dann in die Kommunen reinbringen können. Herzlichen Dank, Dr. Ronny Bischof.